Hälf mir, hälf mir, hälf mir… nicht töten! STOPP! Hebt mich hoch oder werf' ihn ab! Werf n Ball auf ihn! Werf n Ball auf ihn! Hör' auf mich zu retten, werf n Ball auf ihn! Werf auf den Ball, werf auf den Ball Ja, Mann, spritzt alles voll Ja, Baby, komm, spritzt Ja, sehr gut Er spritzt alles voll, Bro Es ist alles voll Guck mal, was er Lust hat Mach weiter, Ollo, mach weiter Der nimmt ja richtig Schwung auf Der ist freundlich, ne? Du bist freundlich Nein Oh Fuck, I'm right in the pussy, piss dich Oh, oh, der kann niemals schwimmen Er kann niemals schwimmen Nein, du kannst nicht schwimmen Du kannst nicht schwimmen Er kann nicht schwimmen Er ist, er ist schwimmen Ich bin tot Ich bin tot Er ist der Wasserbändiger Er hat mich gewohnt, Schatten Oh Das ist ein Rabe Huckrat Huckrat Oh, Fixi Fixi, Leute, heißt sie einfach Fixi Hartmann Eine verlassene Mine voller Schätze bestimmt Nein Ganz viele Fallen Siehst du Den zwielichtigen Händler da hinten Level 40 Du bist Level 11 wacker Aber vielleicht hat er geile Sachen für uns Ich meine Der hat nur ne Maske auf Und hier sind Käfige Und Guillotine Der hat bestimmt was Heftiges für uns Näher dich Und du findest deinen Tod wacker Aber Der sieht doch ganz freundlich aus Ich meine, guck mal Der lächelt mich an Mit ner Maske Oh nein Oh nein, bitte nicht Bitte nicht Gehst du das, nimm die Macht die weg Bitte macht die weg Bitte holt euch die Nein 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 Heard die das Was ist das? Was ist das? Oh, mein erstes Shiny. Oh mein Gott. Du bist meins. Oh, was ist das? Tokotoko. Tokotoko Level Eleven. Drei Stück. Ich glaube nicht ein anhaue, wenn alle mies. Warte mal. Bist du bereit? Ja, komm. gar keinen schaden mein schild ist weg explodiert hat die exklinale um ein gott lauf 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 nicht angreifen bleib hier ich komme gleich wieder was das für attentäter explodiert wieso sagt das niemand von daher juckt diese passive nicht jetzt die nächsten guck mal den nächsten an guck mal von dem her die details an was da steht sathheit sinkt um 15 langsamer das heißt ja gut den lassen wir ganz genau ganz genau die nächsten an jetzt guck dir jetzt guck dir mal den an der der ist langsam den wollen wir weg haben weißt du was das ist der ist faul so wie du nein du bist gar nicht faul nein bist du nicht okay aber den wollen wir nicht haben voll pelze mögen wir nicht wir werden überfallen ja komm die kriegen direkt auf die fresse was kommt da hier holt ein pokémon raus kannst du ein pokémon rausholen habe ich was hast du ausgeholt den dicken nein hol mal was aggressives aus der ist aggressiv hast du gesehen das ist aggressiv ich habe gesehen was bei lupen und gemacht hat gerade mit denen das aggressiv und nicht ein super was soll er machen soll er den einen freshen haarschnitt vergeben kurz war ein barbershop irgendwas machen oder was nervt mich nicht weiter töt ihn von der pokémon aus und der pokémon aus bevor du sterben deutschen 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 nur noch deutschen was willst von mir ja jetzt hast pech gehabt wieso wieso rettest du mich nicht während dein pokémon ihn kaputt macht also wieso stehst du da und fahrt es so okay man stimmt mein freund ich habe mich schon umgedreht war auf dem weg zu dir aber du bist zu früh gestorben du guckst du wo können wir noch ein bonchi essen wer ist das das ist mein freund ja egal das kaffee kränzchen also ich fand die donuts ganz lecker kannst du fangen nein der bockst mich gerade tot der bockst mich gerade tot ich kämpfe gerade auch mit einem mach dein pokémon zurück nein ich mach den rest mach den pokémon zurück er tötet ihn er tötet ihn man gisela wenn ich dir was sage wieso lässt du mich dir nicht alleine fangen wieso musst du dich immer einmischen okay hast du ihn jetzt gefangen nein hast du einen ball auf ihn geworfen weil du feile geschmissen hast obwohl ich das gar nicht wollte ich hab nicht einen feil auf ihn geschissen geschissen du hast es nicht mehr geschafft einen ball zu werfen du kannst das überhaupt nicht einschätzen also du bist so grobmotorisch als hättest du das allererste mal mit 25 entdeckt dass du einen pümmel hast und dann haust du dagegen und auf einmal kannst du das ding nicht kontrollieren du hast gar kein einfühlsames Gefühl um zu checken wieviel leben der hat der ist einfach tot komm da sind noch zwei sieht übel geil aus leider sag ich nicht so wie es ist und guck mal wie schnell es hochfliegen kann es ist guck mal guck mal wie hoch es fliegen kann und es verliert kaum ausdauer guck mal wie hoch ich bin guck mal wie hoch ich bin guck mal wie hoch ich bin ich bin fast nur auf wieder baum komm wo du schon bauen fiegen nein guck mal wie hoch ich bin guck mal jetzt fall ich jetzt fall ich ich falle ich falle ich falle guck mal wie lange es dauert ich falle das ding ist so farz Das ist so ein bisschen geil da.